Ich hab die Sonne mitgebracht Wohlfühlen 80 Lieder zum Entspannen Das ist eine ganz besondere Wohlfühl-Kollektion ausgewählt von Hademar Bankhofer und namhaften Redakteuren Freuen Sie sich auf eine besondere Zusammenstellung Rezeptfrei und mit viel Herz 4 CDs mit 80 Hits für ihr Wohlbefinden Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, nennt es meinetwegen Glück Bleiben Sie unbedingt dran Nennt es Liebe, jeder braucht davon ein Stück Hallo und willkommen zu Wohlfühlen 80 Lieder zum Entspannen Ich bin Nathalie Langer und ich freue mich jetzt sehr Hademar Bankhofer, einen der erfolgreichsten Gesundheitsjournalisten, begrüßen zu dürfen Hallo und herzlich willkommen, Herr Hademar Bankhofer Schön, dass Sie da sind Hallo, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und natürlich auch unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer Ist denn Musik jetzt wirklich Medizin? Ja, natürlich Nathalie Musik, die man gern hört, ist eine wahre Naturarznei Darum habe ich ja Hits und Schlager zusammengestellt die vielen Menschen gut tun und die ein Wohlfühlgefühl hervorrufen Da bin ich aber neugierig Also bleiben Sie bei uns und fühlen Sie sich wohl Ein schöner Tag Voll Harmonie Wie sehr Musik uns bewegt hat Wo jeder schon mal am eigenen Leib erfahren Bei mir ist Hademar Bankhofer, der diese Kollektion zusammengestellt hat Was ist Ihr Geheimnis? Das Geheimnis ist unsere Kindheit Erinnern wir uns doch zurück Die Hände unserer Mutter hatten heilende Kräfte Wenn sie uns berührt hat, wenn sie uns gestreichelt hat Und wir erinnern uns doch heute noch Wie wohl wir uns gefühlt haben Wenn die Mutter uns ein Lied vorgesungen hat Und die Musik, die ich ausgesucht habe Die soll sie zu Hause streicheln Die soll ihre Seele berühren Die soll dem Herzen das Gefühl der Geborgenheit geben Und sie soll sich so richtig wohlfühlen Mein Glück trägt deinen Namen Und mein Herz schlägt nur für dich Du bist mein Ein und Alles Lass mich nie, nie mehr im Stich Oh Darling, lass es sein, lass es weh Lass den kalten Nordwind geh'n Mir geht's gut, denn du liebst mich Wie wichtig ist die Musik besonders beim Älterwerden? Musik ist ein Jungbrunnen Man kann mit Musik beim Älterwerden jung bleiben Das ist eine Kunst, die jeder meistern kann Was glauben Sie, warum der Hanse Hinterseer so toll ausschaut? Warum der Heino fit wie ein Turnschuh ist? Und warum sich Marianne und Michael heute noch wie ein junges, verliebtes Bärchen benehmen? Die Musik erhält sie alle jung Und sie sind damit Vorbild Und sie vermitteln uns ein Wohlfühlgefühl Es ist alles nur geliehen Das Leben Wohlfühlen 80 Lieder zum Entspannen Hademar Bankhofer hat 80 Wohlfühl-Hits auf 4 CDs für Sie zusammengestellt Wenn Sie uns jetzt anrufen erhalten Sie eine wertvolle Bonus-CD mit Gesundheitstipps von Professor Hademar Bankhofer gratis dazu Sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar Rezeptfrei unter 080 3x503 für Deutschland 0820 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz Aus allen anderen Ländern Wählen Sie 0049 3871 450 450 Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de Gesundheit ist das wichtigste Gut unseres Lebens Hademar Bankhofer präsentiert Ihnen erstmals Wohlfühlen Das ist das Motto unserer besonderen Kollektion 4 CDs mit 80 ausgewählten Melodien die nur einen Sinn haben Ihnen Gesundheit und Kraft zu geben Und das für nur 49,99 plus Versand Damit Sie sich so richtig wohlfühlen Dein Tag wird kommen Jetzt neu bei Shop24 direkt und nicht im Handel Wenn Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten anrufen erhalten Sie diese Bonus-CD mit wertvollen Gesundheitstipps von Hademar Bankhofer als Geschenk dazu 080 3 mal die 5 03 Es war die Nacht, die uns in ihre Arme nahm Als ein Sternenschein vom Himmel kam Ein Feuer, das im Herzen brennt Für alle Zeit Hademar Bankhofer Sie haben Ihr berufliches Leben dem Wohlbefinden der Menschen verschrieben Glücksgefühle gehören absolut dazu Wie wichtig sind denn Glücksgefühle? In unserer hektischen Zeit verpassen so viele Menschen das kleine Glück weil sie ständig nach dem großen Glück Ausschau halten Und das kleine Glück ist viel wertvollerer Man hat inzwischen nachgewiesen Die richtige Musik zur richtigen Zeit macht richtig glücklich Und wer glücklich ist der fühlt sich wohl Wohlfühlen 80 Lieder zum Entspannen Das ist Ihre Lieblingsmusik mit Andrea Berg Hansi Hinterseer Vigi Leandros und Lena Valaites Hademar Bankhofer hat 80 Wohlfühl-Hits auf 4 CDs für Sie zusammengestellt Und Achtung Wenn Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten anrufen erhalten Sie diese Bonus-CD mit wertvollen Gesundheitstipps von Hademar Bankhofer als Geschenk dazu Ein schöner Tag so wie heute Nimm dir wieder einmal Zeit um mit mir tanzen zu gehen Mal wieder abzuheben wie auf Wolken schweben Dafür brauche ich dich Dein Tag wird kommen irgendwann Das Rad des Schicksals wird sich drehen 4 CDs mit 80 Hits die Hademar Bankhofer in Zusammenarbeit mit kompetenten Musikredakteurin für Sie ausgewählt hat Denn wie wichtig Musik für uns ist Hademar Dieses Wissen ist mindestens so alt wie die chinesische Mauer Das ist vollkommen richtig Die klugen alten Chinesen waren nämlich aus gutem Grund der Ansicht man meistert das Leben entweder mit Musik oder überhaupt nicht Meistern Sie Ihr Leben mit unserer Musik und fühlen Sie sich wohl und gesund Musik ist einer der Wege zum Wohlbefinden Besonders wenn diese Musik schwungvoll in die Beine geht Hademar Würden Sie das genau so unterstreichen? Eine Möhre am Morgen eine Treppe am Abend Das habe ich einmal in einem Gesundheitsratgeber geschrieben und zwischendurch immer wieder Musik Denn wenn die Musik den richtigen Rhythmus hat dann werden unsere Muskeln ganz von selbst aktiv Man sagt doch immer es zuckt in den Beinen Also tanzen Sie sich fit denn diese Hits hat Hademar für Sie herausgesucht Ich hol die Sonne vom Himmel und schenk sie dir Alles nur für dich Ich geh durch Eis und durch Feuer bei Tag und Nacht Alles nur für dich Musik mit Herz, mit Gefühl, mit Schwung und guter Laune Ausgewählt für Sie von Hademar Bankhofer Dem Ihr Wohlbefinden zu seinem Lebensinhalt wurde Denn ein kluger Mann sagte einmal Jedes Mal, wenn ein Mensch lacht fügt er seinem Leben ein paar Tage hinzu Und sehen Sie, Nathalie Ich möchte diesen Satz ergänzen Jedes Mal, wenn dieser Mensch Musik hört dann kommen ein paar Lebenswochen hinzu Denn der Konsum von schöner Musik der produziert Glückshormone und Glückshormone können das Leben verlängern Lass es weh, lass den kalten Norden gehen Mir geht's gut, denn du liebst mich Ja, ja, das Paradies auf Erden Gesundheit ist das wichtigste Gut unseres Lebens Hademar Bankhofer präsentiert Ihnen erstmals Wohlfühlen Das ist das Motto unserer besonderen Kollektion Vier CDs mit 80 ausgewählten Melodien Die nur einen Sinn haben Ihnen Gesundheit und Kraft zu geben Und das für nur 49,99 plus Versand Damit sie sich so richtig wohlfühlen Dein Tag wird kommen Jetzt neu bei Shop24 direkt und nicht im Handel Wenn Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten anrufen erhalten Sie diese Bonus-CD mit wertvollen Gesundheitstipps von Hademar Bankhofer als Geschenk dazu 080 3 mal die 5 03 Ein schöner Tag Voll Harmonie Patrona Hawaii Hoch über dem Sternenzelt Breite deinen Mantel aus Was passiert denn mit mir, wenn ich mich so richtig wohlfühle? Wohlfühlen hat einen positiven Einfluss auf den Blutdruck, auf die Cholesterinwerte, auf den Blutzucker. Ärger und Ängste verschwinden, Stress wird schneller abgebaut. Und das vegetative Nervensystem, das bei vielen Menschen in der heutigen Zeit gestört ist, findet wieder in seiner Harmonie. Das alles und noch viel mehr bewirkt Musik. Es ist alles nur geliehen Das Leben, der Wein und das Geld All das Schöne, das wir lieben Was uns hier auf Erden gefällt Mein Glück trägt deinen Namen Und mein Herz schlägt nur für dich Du bist mein Ein und Alles Lass mich nie, nie mehr im Stich Mein Gast war heute Hademar Bankhofer Der diese Kollektion Wohlfühlen 80 Lieder zum Entspannen mit kompetenten Musikredakteuren aus ganz Deutschland für sie zusammengestellt hat Hademar, herzlichen Dank für diese wohltuenden Tipps Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, liebe Nathalie Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause Denken Sie daran, was der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche gesagt hat Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum Und ich möchte hinzufügen Ohne Musik würde uns ein wichtiger Faktor fürs Wohlfühlen fehlen Liebe deine Nächsten wie dich selbst Gibst du ihnen dein Glück Wohlfühlen 80 Lieder zum Entspannen Sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar Rezeptfrei unter 080 3x503 für Deutschland 0820 20 30 87 für Österreich Und 0848 266 788 aus der Schweiz Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de Gesundheit ist das wichtigste Gut unseres Lebens Hademar Bankhofer präsentiert Ihnen erstmals Wohlfühlen Das ist das Motto unserer besonderen Kollektion 4 CDs mit 80 ausgewählten Melodien Die nur einen Sinn haben Ihnen Gesundheit und Kraft zu geben Und das für nur 49,99 plus Versand Damit Sie sich so richtig wohlfühlen Dein Tag wird kommen Jetzt neu bei Shop24 direkt und nicht im Handel Wenn Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten anrufen Erhalten Sie diese Bonus-CD mit wertvollen Gesundheitstipps Von Hademar Bankhofer als Geschenk dazu 080 3x503